Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Das Erwachen der Jägerin oder im Original The Marsh King's Daughter. In dieser Romanverfilmung geht es um eine kleine Familie und zwar um Helena Pellantier, gespielt von, in der jungen Version von Brooklyn Prince, die kennt man zum Beispiel von Cocoa Imbar. Der älteren Version von Daisy Ridley, natürlich kennen wir sie aus Star Wars. Karen Pistorius, die kennt man zum Beispiel aus Mortal Engines, Krieg der Städte. Und Garrett Hedlond, den kennt man zum Beispiel aus Ron Legacy. Ja und diese Familie lebt abgeschieden in einem Wald. Und ja, der Vater bringt der kleinen Tochter alles bei, was man zum Überleben im Wald wissen muss. Und sie saugt alles auf wie ein Schwamm. Sie will alles wissen. Ihre Mutter gefällt das nicht ganz so. Sie sollte auch mal was anderes lernen, außer jagen und Bäumen. Welcher Baum was ist und dies und das. Ja, eigentlich hat es den Anschein, dass es eine kleine glückliche Familie ist, die eigentlich ganz gut klarkommt. So abgeschottet von der Außenwelt oder beziehungsweise so abseits von der Außenwelt. Bis dann eines Tages ein Bremder des Weges kommt, der eigentlich nur nach dem Weg fragen möchte, weil der sich ein bisschen verfahren hat. Und ja, irgendwie wird dann das Ganze dann sehr turbulent und der Mann der Fremde wird erschossen. Ja, mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen zu der Story, denn ab dann fängt der richtige interessante Teil des Films an. Und ja, man muss sagen, die Charaktere sind sehr toll geschrieben. Also man hat die richtigen Schauspieler zu den richtigen Rollen hinzu. Es sind tolle Landschaftsaufnahmen dabei und der Film ist auch wirklich... Ungefähr drei Viertel des Films sind wirklich spannend. Das letzte Viertel des Films... Ah, da fängt es an so ein bisschen, ja, vorhersehbar zu werden. Ich will es jetzt zwar nicht unbedingt sagen wollen, langweilig, aber zumindest vorhersehbar zu werden. Und dann, ja, es macht dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Zumal der Film mit 109 Minuten auch nicht so lang ist. Und er ist auf FSK 12 freigegeben. Also man kann auch mit seinen etwas älteren Kindern da reingehen. Es hat erst den Anschein, das ist eine ganz tolle Familiengeschichte oder so, bis es dann hinterher anfängt, dann so ein bisschen in den Thriller abzugriften, wo es dann auch wirklich ein bisschen kurios, ein bisschen spannend auch noch wird. Und es kommen Dinge raus, die eigentlich im Verborgenen bleiben sollten. Und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich jetzt noch mehr sagen würde, würde ich dann doch zu viel älern. Deswegen also, mich hat der Film ja auch so ein bisschen interessiert, weil ich wollte Daisy Ridley mal außerhalb von Star Wars sehen. Gucken, ob sie da so, wie sie da so funktioniert. Und ich muss sagen, sie macht auch außerhalb von Star Wars eine echt gute Figur. Gerade auch hier die Brooklyn Prince. Ich weiß nicht, wie die Kleine an solche Rollen drankommt. Kokainbeer war ja schon so ein bisschen ein abgedrehter Film. Jetzt hier auch so ein bisschen, wo man jetzt sagen würde, okay, fängt ihr erst noch so etwas kindermäßig an und dann, gut, wo es dann wirklich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, turbulenter wird und so. Dann übernimmt ja auch Daisy Ridley dann die Rolle, weil sie spielt ja halt die erwachsene Helena. Aber ich finde es schon krass, in was für Rollen dieses Kind da mittlerweile so reinkommt. Aber sie macht auch super tolle Arbeit. Sie ist wirklich eine gute Schauspielerin für ihr Alter. Da kann man echt sagen, das funktioniert schon alles sehr, sehr gut. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content-Creator, T-Shirts, Boodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von ArtsExpert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also wie gesagt, also drei Viertel des Films sind echt gut. Der letzte Viertel, das ist dann so vorhersehbar. Da weiß man schon so ungefähr, was passieren wird. Und ist dann irgendwie dann nicht mehr so spannend. Aber positiv muss man auch wirklich sagen, tolle Landschaftsaufnahmen, die Schauspieler passen hundertprozentig zu den Charakteren. Und auch so die Grundstory ist wirklich sehr interessant. Zwischendurch muss man dann, hat man dann so einige überraschende Wendungen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und das macht dann für drei Viertel des Films dann wirklich sehr viel Spaß. Ja, was macht man mit einem Film, der zum letzten Viertel halt dann nicht mehr so gut ist, wie er sein könnte? Ja, ich bewerte den Film mit drei bis vier Totenköpfe. Das hat der Film auch verdient. Zumindest für seine ersten drei Viertel. Ja, das war die Filmbewertung zu The Marsh King's Daughter im Originalen oder Das Erwachen der Jägerin im Deutschen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch mal unten in meiner Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.